Dietlinde Turban ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Dietlinde Turban wuchs als Tochter eines Arztes und einer Pianistin in München auf. Sie ist die Schwester des Geigers Ingolf Turban. Neben dem Besuch des städtischen Luisen-Gymnasiums München studierte sie Violine, Gesang und klassischen Tanz an der Hochschule für Musik und Theater München. Es folgten Meisterkurse in Violine bei Dorothee Delay und Schauspiel mit Peter Brug und Lee Straßberg im Terry Schreiber Studio, New York. Ihr Bühnendebüt gab sie im Alter von 19 Jahren am Münchner Residenztheater. Sie spielte dort das Grätchen in einer Faustinszenierung von Michael Degen. In der Folge spielte sie die Rollen des jungen klassischen Faches, Steller von Johann Wolfgang von Goethe, Luise in Kabale und Liebe, Minna von Barnhelm von Gotthold Ephraim Lessing, Dedemona in Shakespeare's Othello. Sie gastierte am Theater Bonn und Theater in der Josefstadt in Wien. In der Bühnenverfilmung der Oper Lorfeo von Claudio Monteverdi in der Regie von Jean-Pierre Pornelle am Opernhaus Zürich spielte Dietlinde Turban die Eurydice, wobei Rachel Jacka für sie die Gesangsparty übernahm. Neben weiteren Bühnenauftritten in Bühnenstücken von Jean-Anoui, Jean-Girard Odu und Gerhard Hauptmann unter Rudolf Nöltes Regie war sie in Fernsehproduktionen zu sehen. Z. B. Als Jenny Treibel, im Traumschiff oder bei Derrick. Ihre Karriere wurde international, mit Filmen in Frankreich, Italien und den USA. Die Rolle der Rachel im amerikanischen Streifen Blutspur mit Audrey Hepburn, in Alberto Neguins internationaler Co-Produktion Ich und der Duss an der Seite von Anthony Hopkins, in Peter Charmonis Schloss Königswald und in der französischen TV-Produktion L'Ingenieur Einheit-Truple-Schiffres von Michael Fawart. Nach ihrer Heirat 1986 mit dem Dirigenten Lauren Masel zog sie sich weitgehend aus dem Beruf zurück. Mit Masel hat sie die drei Kinder Leslie, Orson und Tara. Erst 2003 trat sie wieder im Fernsehen auf, in der Thronfolger mit Maria Schell, einer Folge der Serie U. A. Soko 5113, sowie 2009 in dem Kurzfilm Ella and the Moon. 2004 gastierte sie als Schauspielerin mit ihrem ersten One-Woman-Play am Cherry Lane Theater, New York, an der George Mason University, VA, und an der American Austrian Foundation in Salzburg auf Schloss Ahrenberg, 2005. Dietlinde Turban lebt in Virginia, München und Monte Carlo. 1996 gründete sie mit ihrem Mann die Chateauville Foundation an der Hearthstone School, einer Privatschule in Sperryville, Virginia, die sich an der Waldorfpädagogik Rudolf Steiners orientiert. Damit legten sie die Grundlagen für das Castleton Festival, einem Musikfestival, das sie heute als Nachfolgerin ihres verstorbenen Mannes leitet. Seit 2009 präsentiert es ein Nachwuchsprogramm für junge Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger. Das dort auf ihrem idyllischen Grundstück gelegene, durch Umbau eines Hühnerstalls entstandene, Miniglobe Theater, hat sich unter ihrer künstlerischen Leitung zu einem beeindruckenden Musiktheater entwickelt. Hier kann man sie neben dem vielseitigen, anspruchsvollen Programm auch als Schauspielerin und Regisseurin erleben. Im Sommer 2013 spielte sie die Elle in Coctus ein Frauenstück La Voix Hümen im Castleton Festival in Virginia. Dietlinde Turban hat eine Professur für Schauspiel an der Rutgers University in New Jersey und eine Meisterklasse am T. Schreiberstudio in New York. Auszeichnungen 1982, Hersfeldpreis 1983, Bambi als Fernsehdarstellerin des Jahres. Untertitelung des Jahres